Musik 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 Die Legenden besagen, dass es immer noch Menschen da draußen gibt, die glauben, dass Frauen Männern körperlich überlegen sind. Aber wir beide, wir beide wissen, Männer und Frauen sind verschieden. Sie hat als allererst gesagt, wir sind eine Disney-Prinzessin und als zweites hat sie es so gesagt, als ob sie es selbst nicht glaubt. Zu einem Million Prozent. Okay, do you have any like guy friends at all? Yeah, all these dudes right here. And none of them will want to like get with you or nothing? No, we're just besties for life. Is this a friend right here? Ben? My bestie Ben? What did you get with her? Also, er fragt sie, er fragt ihn, ob er etwas mit dir anfangen würde. Und du siehst das Mädchen im Hintergrund, ja, es weiß schon, oh, oh, gefährliche Frage, ja, weil alle wissen, dass es Bullshit ist. Und seine Antwort, siehst du jetzt. We're besties. Er hat was anderes gesagt, als er gedacht hat. Es gibt keine Freundschaft zwischen Mann und Frau. Die Wahrscheinlichkeit ist bei fünf Prozent, ein Prozent vielleicht. Mädchen und Mädchen sind nur Freunde. Ja, ich habe viele Leute, die sind Freunde. Okay, und niemand will mit dir mit dir gehen. Nein. Are you sure? Ja. Call one of them, ask the fuck up. Tonight. Hey, do you want to fuck up? Sure. Der erste, der erste, der sagt, ja, würde ich auf jeden Fall machen. Ich würde was mit dir anfangen. Okay, gucken wir weiter. Der zweite Typ. Okay, der nächste. Und das wird immer wieder passieren, das wird immer wieder passieren, weil es immer eine Person gibt, die mehr von der anderen will. Das heißt also, wenn du einen Typ in dir hast und hier eine Frau hast und der Typ die ganze Zeit mit dir rumläuft, frag dich mal, was will der Typ von dir? Geht es ihm wirklich um Freundschaft? Geht es ihm wirklich darum, dass er sich so gut mit dir versteht? Ich meine, okay, wenn er sich schminkt, wenn er sich für Hochzeiten interessiert und das neue Klatschmagazin und all dieses Zeugs, dann kann er sich vielleicht mit dir austauschen, wenn er gerne redet und all das. Aber wenn er so ein Typ ist, der ins Gym geht, seine Ziele verfolgt, durchzieht, Gas gibt und die ganze Zeit neben mir herumläuft, was will er wahrscheinlich? Mit dir über Klatschmagazine sprechen oder was will er von dir? Erstens, wenn er so ein Typ ist, wird er gar keine Zeit mit dir verbringen wollen, weil er viel Besseres zu tun hat gerade in diesem Moment. Zweitens, wenn er mit dir Zeit verbringt und so ein Typ ist, dann ist es sehr wahrscheinlich so, dass er sich einfach verliebt hat und er die ganze Zeit hinterher läuft. Das heißt also, wenn du so etwas siehst, dann sei dir sehr im Klaren darüber, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass da eine Person mehr wird wie von den beiden. Ganz egal, was die Frauen daraus sagen, wenn sie sagen, du musst bestimmen, wie ich bin oder entweder nimmst du mich oder du gehst oder sonstiges, dann geh lieber. Du hast das Recht, Standards zu haben. Wenn du beispielsweise zu einer Frau sagst, dass sie zu viel Gewicht drauf hat, wirst du direkt verflucht dafür, gebannt oder es wird mit der Finger auf dich gezeigt. Warum? Weil uns beigebracht wurde, dass die Männer keine Standards haben dürfen. Aber mein lieber Freund, habe Standards. Sei dem Klaren darüber, was du im Leben haben willst. Es ist absolut dein Recht zu sagen, ich möchte eine Frau, die diese Figur hat, die ins Gym geht, die vernünftig kochen kann, weiß, wie man Familie umgeht, die gerne Tiere mag, ja von mir aus, die Feminine ist, all diese Dinge darfst du doch wohl haben wollen. Es kann dir ja wohl nicht verboten sein, Wünsche zu haben, oder? Dann kann man dir ja auch gleich die Menschenrechte mitnehmen. Das heißt also, das nächste Mal, wenn eine Frau vor dir sagt, nein, du musst mich so nehmen, wie ich bin oder entweder du nimmst es oder gehst, dann geh. Denn sie wird dich auch nicht so nehmen, wie du bist. Sie wird dich nur nehmen, wenn du das volle Paket bist. Wenn du das bieten kannst, liefern kannst, was sie gerne haben will. Ganz einfach, das ist okay so. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn sie das darf, dann darfst du das. Ich werde immer wieder und wieder gefragt, dürfen, wenn er weinen, dürfen sie emotional sein und all das. Sei emotional, weine, mach all das. Ja, genauso wie Oliveira hier. Er weint, ja, aus Freude. Nicht, weil er traurig ist. Er sagt also hier, ich komme in den Kampf und ich weine, weil ich glücklich bin, weil ich zufrieden bin. Ich habe damals nichts gehabt und jetzt habe ich es. Es ist nichts Schlimmes daran, emotional zu sein und Freude zu verspüren. Aber er sagt auch, es ist nicht Trauer, es ist Freude. Das ist ein verdammter Unterschied. Die meisten Männer aber sind Jamalap, Softies. Sie sitzen vor ihrer Frau und suchen eine Frau, die ihnen zuhört und mein Leben ist hart und schwer und ich weiß nicht, was ich machen soll und kannst du mir helfen, bitte. Das ist das, was sie machen. Sie heulen sich bei ihr aus. Was bringt es dir, dich bei dir auszuhören? Was? Sie ist doch nicht diejenige, die das Problem lösen. Sie ist auch nicht dafür zuständig. Was bringt es dir vor ihr, emotional zu werden? Was soll sie denn tun? Was soll sie denn jetzt machen? Warum willst du ihr die ganze Verantwortung geben? Geh zu deinen Jungs, wenn du es alleine nicht schaffst, klär das mit denen, find eine Lösung und fertig. Das war's. Ende der Geschichte. Es ist doch nicht so kompliziert, aber ansonsten kannst du selbstverständlich Emotionen zeigen. Du bist vollkommen erlaubt, glückliche, erfreuliche Emotionen zu zeigen. Es ist auch mal erlaubt, negative Emotionen zu zeigen, solange du dir bewusst darüber bist und bewusst damit umgehen kannst, vernünftig damit umgehen kannst. Ich kann sauer sein, ohne dass ich die Kontrolle verliere, indem ich mir bewusst darüber bin. Ich kann traurig sein, ohne dass ich die Kontrolle darüber verliere. Ich kann bewusst über meine Themen sprechen, die mich beschäftigen, ohne dass ich in Mitleidversinkung glaube, dass ich in Arbeit hoff bin. Wenn du das ebenfalls kannst, ist das kein Problem. Aber das ist etwas, was man lernen muss, trainieren. Das heißt also, lerne mit deinen verdammten Emotionen umzugehen. Und ansonsten wird dich niemand erzuteln. Siehe es recht. See, you fight dirty. And what I'm hearing is, you talk to your man like a woman. No. Oh yeah, you do. Because if you talk to him like you should talk to a man, you should know from a safety standpoint that you need to keep your mouth closed. See, when two men are talking, there's a low-level threat of violence. If I'm sitting here talking to a man, I know their lines. I can't cross certain lines with any man. I don't care how big or small he is. After a certain line, we're going to have to shoot the fair one. Right. You will go damn well low because you know good and well he ain't going to do nothing. Wenn du mit einer Frau sprichst und sie wird respektlos, gehe einfach. Wenn du weißt selbst, wenn du mit einem Mann respektlos sprichst, passiert Folgendes. Es gibt auch die Schnauze. Ja, warum? Weil es eine Regel zwischen uns gibt. Ja, zwischen Männern gibt es Regeln. Wenn ich vor einem Mann bin und respektlos werde, dann kann es ganz schnell hitzig werden, zu einem Gefecht kommen, okay, und ich könnte mit den blauen Augen rausgehen. Das weiß ich. Deswegen achte ich darauf, dass ich einen vernünftigen Ton in den Tag lege und nicht frech werde oder nicht respektlos werde, weil ich weiß, was für Konsequenzen dahinter sind. Das Problem mit vielen Frauen da draußen ist einfach, dass sie keine Konsequenzen haben. Sie können sich verhalten, wie sie wollen, aber sie werden keine Konsequenzen kriegen. Sie kommen immer mit einem blauen Auge davon. Wenn beispielsweise der Polizist sie anhält, ah, okay, kein Problem, fahren sie einfach weiter. Wenn sie auf einmal laut sind und frech sind, ah, der Mann sagt, ah, okay, es ist in Ordnung, es ist gar kein Problem. Sie kommen in den Club rein ohne Probleme, ja, weil sie gerade heute hübsch aussehen oder weil sie gerade irgendwie Tränen kullern lassen haben oder sonstiges, ja. Das heißt also, es gibt immer Mitleid und es gibt keine Konsequenzen und deswegen wird sie erlernt haben, vor dir ebenfalls frech zu sein, laut zu sein oder sonstiges, weil es keine Konsequenzen gibt. Und wenn du nicht bereit bist, einfach zu gehen und nicht dieses Spiel mitzuspielen, wirst du verlieren, weil sie den längeren Hebel hat. Weil was willst du machen? Im Typen würdest du auf die Stau zauern, im schlimmsten Fall. Aber bei ihr kannst du nichts machen. Also geh lieber einfach. Spar dir diesen Stress, spar dir deine Gesundheit, weil deine Lebenszeit wird einfach automatisch verkürzt, dadurch, dass sie diesen Stress in dir auslöst. Willst du das? Nein, willst du nicht. Also geh einfach. Genieße dein Leben, habe Spaß, sei frei, sei der Mann, der du sein willst. Nur das Beste von ganzem Herzen. Let's go, ciao.